ja angeweiligt die Schweine haben gemacht und gekennzeichnet bekommen morgen war er hat nach dem Herzen gemacht doch und zu der Klinik probier mal warte aber kurz neues ob was für Musik steht um auch mittelmäßig Prozent ich höre alles außer Charts und so richtiger Achtscharts und Rap und Schlager die Projekte die Kapitel haften Befehl von soem Aachen Aachen ne besser als noch vom Köln ja also ich stehe auch nicht wie ich einfach nicht nur kurz langgegangen und rückwärts noch gesprungen sind wie für das ist er jetzt ist da ein kleines also kommen gar nicht ich denke ich habe das schwein ist so kleine und das um 10 Meter kopf zehn Meter langer die Durchsage die Müller Milch ist leer von einer anderen Artikel an Watsch macht in den neuen Milch Prozent die wollen Banane Kälte das ist er was aufgarten muss ich sagen hier sind irgendwo creeper Lecher und auch die Häuser sehen wunderbar aus aufgehalten hohe ist erreichst ja wo doch auch ich brauche ich bin an ich war mit dem Müllhaus dann kaputt machen ach ja in dem Mario in diesem Mario Bros für den DS ja na klar habe ich das habe ich durch eine Schwester zockt das hat und ich muss gerade für das letzte Level machen das ist aber das Leichteste also das letzte Schloss finde ich übelst leicht ja welches war das nochmal? wie ist es nochmal aufgebaut? die Bows aus Festung wo die Welt sich teilweise dreht oh die ist wirklich eine sehr einfach das ist übelst einfach es gibt Schlimmere diese Wasserlevel sind nicht immer ganz witzig ja Wasserlevels hat sich überall ey sag's bloß nicht ja 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 Wasserlevels oh ja so geht's mal alle durcheinander okay oh ich kann keine Items auch sammeln ach nicht schlecht ich versuch die ganze Zeit immer ich sammeln die immer wieder ein ich sammeln die immer wieder ein nein das war wohl schön ruf die Peter an ich hab keine Ahnung von Evil Chicken aber gar nicht Simi sind es nicht gleich kommt Chicken mit seinem Diamantschwert ich hab mal hab die hier zum Evil Chicken gemacht also Simi ja da wollten wir auf dem Server und da hatten wir Schleichwerbung nein nur nicht was ist denn das? das sind Items was ist dein Item? das waren aber Flächen mit XP das ist deine Mutter wer sich gehört und das was die Drops ist dann halt ah ja interessant Aha ist jemand Cheatet Ich tehe die gar nicht äh Spanse Supers ey ey was mach nein schnimm mal auf ich hab doch Mutter und Kind ich muss sie doch versorgen ich muss sie doch versorgen oh ich hab's auch nicht ey Benifika ey Benifika ich sag grad einfach nur Minecraft schau äh SP sag ich mal oder? ja ich frage mich einfach mal wie viele Leute ihr äh Minecraft Europe gekauft haben ich 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 würde sagen ich hab's immer umsonst gekauft und Deadmau5 hat's auch nicht gekauft Monster Hunter ich hab's gekauft ich hab's gekauft ich hab mir erst so groß gehen voll da muss ich mal eine Geschichte erzählen also mein Kumpel der versucht seit zwei Jahren Minecraft zu kaufen hat's heute erst geschafft boah ich hab das damals über Rankyshop gemacht ich hab das damals über Rankyshop gemacht ja ich hab's nicht ganz hilfe das ist doch bestimmt Bock mir zu helfen beim Einräumen ne ja 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 Gamesladen ist außerdem viel besser ja 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 das ja es ist OFFIC66 die Karte geht mit Prozent ja ich hab die damals für 15 gekauft falls du Christen hast, gib mir mal wer braucht, äh wer befindet, oh der ist äh, 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 ich hab die damals für 15 gekauft ich versuche einfach mal, äh, sank zu überlieben, ohne mir ein Haus zu bauen viel Spaß nein, ich bin wieder auflucht! und tot! oh mein Gott, Beleidigung! äh, wo ist, gib mir mal die Kiste? äh das nur eine? äh, hi, def, mh, 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 Maus so ne Frage, hör dir die anderen leiser, wenn ich rede ja ja, keine Ahnung ich bin attraktiv aber die Sätze sind was, äh, äh, siemens, der hat so was von to kill ja, das ist eh, dass ich schäfte, das ist voll kacke das immer so monatlich leiser nein Wenn du nicht wirst, die Konsole auf Amerika daher stadt der baby die kreiert und der kopf der kreier m pp die monge ja ich bin ich bin ich aber seitdem auch gibt es auf dem 1 neben schaffst du nicht ihr denkt gerade 1 also darf ich nicht dann nur zu dunkel aber es wird aber aber wer ist denn baby fährt mit baby fährt schon weg L. Krippmann, hörst du mich? Also, der Server wird sich erstmal bis Dienstag mit Tags oder so online. Dann wird die Map gespeichert und dann werden wir mal gucken, ob der mein Server auf dem PC jetzt läuft. 8 GB RAM bis dahin nicht reichen. Ich habe zu viel dazu, ich habe nur 3 GB. Ich habe den damals, meinen habe ich damals mit 10 GB Arbeitsspeicher bei mir gehostet. Jetzt habe ich auf 10 hoch gemacht und das geht eigentlich. Ich bleibe verstehen, drag'n. Also, früher, Beta 1.4 bis 1.8 habe ich das Jahr mit 256 GB von leglos auf 6 Personen laufen lassen können. Ich habe mich auch gewundert, wie sowas geht. Hey, wake up! Sag mal, wie soll ich das einsammeln? Also, der 4. Die Seite, äh, ähm, das ist doch bestimmt. Das ist doch bestimmt, das ist alles einsortieren. Aber mach am besten immer das Schilder, also. So, wie ich das jetzt gemacht habe. Also, ich bin genau, Schilder. Ich habe noch ein gutes Plugin, was du installieren könntest. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie heiß. Aber es verhindert daran, dass man Diamanten aufsammeln kann. Hm, genau. Da kann ich ja noch Diamanten dabei sein. Äh, immer. Ja. Ja. Du kennst doch bestimmt, dass Plugin Tree Assist ist, ne? Das ist geil. Auch machen. Was kenn ich? Äh, Tree Assist, wo dann der Baum, wenn man den Ober-Untersten abbaut, dann geht alles weg. Ja, Tree Assist ist geil. Ja, soll das drauf? Ja, bei Oberbund. Mach das, mach das ruhig mal drauf, genau. Ja, genau. Warum nicht? Ich denke, das hier dann richtig ab. Warte, Kabel, nein, Kabel und anderes, doch muss ich schreiben. Boah, ey, wer hat mir schon wieder meinen beschissenen Wasserfall zugebaut? Ich geh raus, tschüss. Wie, warte, ich komm zu dir. Na, hi, Babyficker. Wie heißt du? Babyficker, grieve, äh, banden mal. Irgendso ein Fick. Babyficker. Du musst, nein, guck in die Konsole, guck in die Konsole und schreib in die IP drauf und wenn die IP, weil sonst kommt damit, weil ich hab mal eine Frage, wie kann ich überhaupt einen Gast griefen? Mein Haus sieht wieder sowas und scheiße. Oder können die bauen? Ich kann auch nicht, aber es ist halt nur der Name. Du kannst mal schnell wieder Wasser sitzen. Oh, wo ist das Wasser gemacht worden? Äh, keine Ahnung, also ich, jeder hätte das normalerweise sitzen sollen, das Wasser. Guck an, ich muss ganz, mein Befehl, so, dann kann ich gucken. Remove, Dirt, TCLG. Hier hat Schwammi, hat hier Dirt Removed. Auch alles nur removed. Also hier, ich, hier, hier Dirt, hier Dirt Removed, äh, das war gut, weil da hat ja irgendwer das blockiert. Ja, da war, da war alles bis auf die hinteren zwei Reihen, da hab ich erstmal alles abgebaut. Das ist alles 19 Minuten ago. Oh, nee, also gerade, gerade eben, wenn wir mal ein Wasser, äh, ja, dann kann es ja, dass er das per, ähm... Moment, ich schmeiß mal eben das Eis aus dem Fenster. Dann ist er vielleicht der Oberschiedschutz extra dafür, dass er dabei nicht erkannt wird. SACH, weiter geht's. Er hat einfach, ähm, mit einem... Mit einer Schaufel, er damit wechselt. Nein, er hat einfach, ähm, ähm, mit einem Eimer. Ja, ähm, kann... Wer pfeift? Ich bin's nicht. Kannst du mal bitte da wieder Wasser hinsetzen? Und kannst du mir Diamanten geben? Kannst du... Kann er mich nicht, kann er mich nicht eingreifen? Nein, du hast vermutlich irgendwie Game Mode. Lass mal, lass... Lass mal, lass das mal. Äh, kannst du da bitte schon wieder Wasser hinsetzen? Hier sind genug Skelette vor den Einen. Äh, Sport. Äh, Sport. Ah, ich weiß warum. Ähm, ähm... Jetzt hat ein Seid getötet. Das wollte ich erreichen. Au. Das war nicht getötet. Äh, Shells. Nein, 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 nicht schon wieder. Äh, äh, beschützt mich. So wieder da. Halt ihn nach Hause telefonieren. Ah, hau... Ja, was, was, was... Hast du zufühlen, eh, ne, Mark guckt, oder was? Wir haben doch von uns in Folge, ja, ähm, Mario geredet, ne? Lass, 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 lass. Der hat nur Ohren, weil es von den Gleichnamen... Lass das Gelächsgrieber, Mann. Äh, weil's, äh, willst eigentlich... Nicht verarschen. Naja, egal. Nun, nun, dann willst du keiner wissen, oder? Wieso hat denn der Ohren? Nein, die Frage, wieso dieser Deadmau5 Ohren hat. Ah, nein. Das ist, weil er ist ein sehr bekannter, auf YouTube sehr bekannter Dubstepper, oder was auch immer. Ich weiß nicht, ich glaub, er macht Dubstep. Und er ist halt sehr bekannt. Ach so, genau, den, 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 genau, den kenn ich. Ja. Boah, schon wieder. Wo komm ich jetzt wieder Damage? Yeah, ich häng' fertig. Hm, tschüssi, LD. Wie, guck, Simon, siehst du das im Chef? Was, was, ich, das, ja? Das, was da, genau, guck dir die Zahl mal an. Ah, ja. Wer ist jetzt alles atmet, nur ich und die Mann? Im Garten. Genau, hat irgendjemand einen Fang an Simon? Ja. Ja, der, der ist heute in 9.5. Ja, du heißt... Wieso abonnierst du mich nicht, wieso mach ich nicht? Genau, Simon, ich hab' die Frage so runden. Abo gegen Abo. Ja, ja, können wir machen. Also, Fragerunde. Wenn der Fragen hat, kann Simon eine Frage stellen zu. Genau, ich hab' sonst nichts zu tun. Magst du Bratwurst? Ja, Bratwurst ist geiler. Aber mein Vater grillt so oft und da so viel Bratwurst ist... Ey! Und hier hast du das. Hier hast du das. Simon! Ja? Geilere Frage. Mag die Bratwurst dich? Also, auf Toilette schon. Simon. Simon! Ja? Simon, geh einfach weg. Geh einfach weg. Ja? Darf ich den Ofen hier mit der Hand abbauen? Nein, den brauch ich nur. Oh, ich bin gesunken, auch dabei? Komm schon, bitte. Nein! Dann kann ich noch einmal machen. Mein Ofen! war eine Art Nissen bei den Gänsten eine Punkt geladen Karte sieben Simon was er hat er hat er wir machen es zu dem 800 abo-special mann Battlefield 3 zwar war auf so der GDR oder für das macht so dass man das nicht er hat man reizt und was sie mir bekommen er ich habe gesagt du sag und wer hat mich gefakt er ist der Standbeer entstand dass irgendwer von einer anderen location reingekommen ist hier lockt in vom anderen location ja er hat er noch mehr alt war in irgendeiner es machen machen machte ich mich auch ein war auch nicht er muss man sich in einem reizigen er sollte er so ein bisschen weil er jetzt sicher nach der reizigen die selbe das geht sehr einfach so er herrschten mit dem Artikel aber trotzdem ist es gelöst das ist im Glauben nicht so viel Arbeit aber am sinnvollsten Werten nicht die Alte noch mal ein viel zu geben hab ich auch mal gehabt auf meinen Alten Oh was sind jetzt die Alte? Wieso wenn ich... Hör doch mal aus Mach einfach Ordnung rein Wissen Sie es? Mach jetzt geht der Alte wieder rein als Faker, ey Such dir Hobbys Wie kann ich jetzt joinen? Ich kann niemand so weiter joinen also Simon, join in Zeit weiter damit er gekriegt wird Er ist immer dabei deine Kisten zu zerstören Bei dem jetzt hab ich das falsche Haus Er hat deine Kisten, er hat deine Kisten zerstört Ey! Ich hab deine Sachen eng sammelt Oh mein Gott Creep hat gerade eine Höhle vergelegt Läuber, die Sachen sind doch anders BTF, also ich hab... Jetzt bin ich irgendwo festgesteckt Das war ein Neustart, er hat sofort Mach hier am besten auf mir ein Stopp, 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 stopp Nein, wer auch immer das jetzt ist, der mich faked Such dir Hobbys, lass mich in Ruhe, was willst du von mir Ich komm zu dir nach Hause und töte deinen... Oha, ich glaub da seid disconnected Hoffentlich Jetzt müssen wir uns sogar noch fixieren, was ist das denn für eine Scheiße? ja Da hab ich den Nun, ja 3 teils 2 1 2 3 4